Stai, das ist eher eine Platzierung, wo er hingewacht hat. Steve in Laura hat er noch schön gestrumpft. Ja, man hat immer zu den Menschen den kleinen Lieder gemacht, sehr schade. Da ist schön was los hier, oder? Ja, und so was ist das Leiser? Und die letzte Monat? Und die erste Monat? Und die erste Monat aus den Niederlanden. Dann Rudi von Niederlanden, dann Steven Laumacher, und das ist noch alles. Und das Band ist gut. Dann Rudi von Niederlanden, und dann Rudi von Niederlanden, und dann Rudi von Niederlanden, und der Mann nur eine Platzierung weiter vorne. Aber ganz vorne noch nicht keiner mehr. Hier, das ist der Kano, der Untergrenz. vom Niederlanden. Kano, der Mann hier ist nicht klar. Füße an den Hörer, und dann Rudi von Bohrern, auf der 2. Steven Laumacher. Wird mit den von Sedan, Pia Jalice auf der 4. Dann Ferdinand Gängler, dann Matt Mettner auf den Hörer, ebenfalls Niederlande. Und Jonny Bosch auf der 7. Martin Watzulek auf der 8. Thomas Zavaslis kann nie.